Ich habe doch gerade einen Hinweis bekommen. Ich würde so gerne dein Geld einfach behalten, ne? Ich weiß nämlich ganz genau, was wir da für eine Mission bekommen haben. Sucher, die Diebe. Natürlich. Am anderen Ende der Stadt. Des Docks, sorry. Des Docks. Ach, West End. Hier kommen wir noch nicht rein. Stimmt. Da werden mir die ganzen anderen fehlen. Wait, wo ist die denn dann jetzt? Ah, hier. Sie gehört zu den drei Vermissten noch. Ey. Ey, ich klaue hier nur Medikamente, ja? Ah, ich hatte doch da vorhin noch einen Unterschlupf. Da sollte ich vielleicht gleich einmal hingehen. Wo ich mich hier draußen noch verirre. Äh, ja. Ich gehe gleich wieder hin. Umfeld der Notunterkunft. Wir gehen lieber mal durch den Haupteingang. Oh. Ich schätze mal, du hast Lottie. Aha, die Schwester wahrscheinlich. Ein fancy Doktor, lurking at night by the Docks. Nicht fischig at all. Und was about you? Working outside at night in this dangerous part of town. You want to know my secret? Ja. I'm trying to earn money. And I'm Lottie Paxton, by the way. Hallo. Ich mag dich besser als deine Schwester. Was ist jetzt? Ja. Das ist vollkommen okay. Are you homeless, Miss Paxton? Mr. Hamptons night asylum is our new home now. It's a safe place for me and my sister. Okay. What can you tell me about this place? How are things here? It may be okay for a strong girl like me. But a dandy doctor from the city like yourself. You better watch your back, Mr. Reid. Marie. 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 Okay. Habe ich auch schon gehört. Ah, ich war gerade da. Da geht nix. Und wahrscheinlich ein Vampir. Dankeschön. Ach, wie geht's euch eigentlich? Seid ihr irgendwie krank oder so? Ne, seid ihr nicht. Gut. Immerhin das. So, bevor ich mich aber hier drinnen weiter umgucke... Jetzt ist mir auf zu meckern. Gehe ich lieber nochmal die Docks abgucken. Miau. So. Wir hatten hier irgendwo noch ein... Habe ich das schon geöffnet? Ja, habe ich schon geöffnet. Okay. Wir haben hier irgendwo ne Unterschlupf. Ne Unterschlupf. Wo war der? Da. Ja. Sieht auch sehr einladend aus hier. Doch kein Unterschlupf. Oh. Oh. Einladend. Dankeschön. Leider doch kein Unterschlupf. Schade Marmelade. Aber es hat da vorhin gespeichert. Oh. Hey. Ähm. Äh. Was ist hier passiert? Es leuchtet jetzt hier wahrscheinlich. Oh. 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 Da unten ist jemand. Die Dasequate. Whoa. Oh. Ja so, wenn du das mal hast. Oh. 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 Hä?! War das nicht die Frau, die uns nicht reingelassen hat? Ne, das war ein Mann, ne? Voll dunkel, ja. Macht Sinn, wenn ihr kein Licht ist. Ähm... Hier passiert doch gleich irgendwas, oder? Aber nicht rein, okay. So, ab nach unten. Ei! Nicht weglaufen, nicht weglaufen. Okay. Wir kommen nur da rein, ne? Wir kommen nur da rein. Da auch nicht. Äh, was... Was stand da gerade? Im Haus sind zu viele Bürger. Aha! Das habe ich ja noch nie gehabt. Und der wieder raus, wenn ich weggehe? Oh, hier waren wir doch vorhin. Ah! Bleib hier! Hallo! Hi! Good evening. I'm Dr. Reed. Do you need any help? Rest assured, I will help you, Sir. Martin Nightingale, at your service. Hi! Oh, ein Verkäufer! Merchandise! Merchandise! I don't really see anything worth having. No offense. None taken, Sir. But please. I need to eat. Perhaps if you keep looking, you'd see something that takes you fancy. Okay. Äh, ich frag dich erstmal ein bisschen aus. Let me be frank. You're as much of a businessman as I am a werewolf, right? Who the hell are you to question me? It's hard enough to stay clean when you don't have a place to sleep. I'm doing my best here. I meant no offense, Mr. Nightingale. I was merely pointing out the fact that you're unlikely to survive long if you continue wandering this path. And what should I do then, Sir? Should I join the wet boot boys like so many others? Nein. No thanks. I'd rather be a bad seller than a dead gang member. Äh, ja. Es ist, glaub ich, ne gute Idee. What can you tell me about the neighborhood? Have you got any friends around these parts? Not really. Miss Gillingham smiles and says kind words, but I know she's lost the marbles, especially when she's lost. Uh. How interesting. I don't suppose you know what happened to her son. Jack! Rumor has it he tried to tackle some gang lads. I didn't know him well, but I heard he was a nice enough chap. His old ma still thinks he's around. Tell me about this crazy woman. Madness is often mistaken for other conditions. The poor woman's mad, alright. Kind and all, but... Kind and all, but... She has so much trouble remembering things. She's taking me for a son more than once. Oh, okay. Why not try seeking help instead of peddling your wares? I'm sure there are people around the area that can gladly help. There's always the night asylum. I heard it's run by a very nice man, but I'm no beggar. Not yet, at least. There's no shame in asking for help, my boy. Sometimes it can even be the best course of action. I don't feel okay with that. I'm gonna make a name for myself, and I'll do it by myself. Okay. Okay. I'm looking for Sean Hampton. Can you help me? He's a caretaker for the poor, is he not? Something like that. Yes. Sorry, I don't know where he is. Show me what you've got. Uh, Blutproben. Wie viel haben wir? 1000. Spieluhr. Gewöhnlicher, gewöhnlicher, gewöhnlicher. Brauch aber noch ein guter, ein gutes Gedönszeug. Holen wir das auch mal mit? Komm, wir holen das einfach mal. Das sind unsere Sachen, ne? So, und wenn wir ihn jetzt nochmal fragen... Nee, doch nicht. Aber wir haben doch gerade auch einen Hinweis von dem bekommen. Oh, verstehe ich ja nicht. Wait, was hast du? Oh. Oh, ich bin gesund. Okay. Gut. Oh. Guten Morgen. Ja, ich bin froh. Oh. Oh, ich bin froh. Oh. Oh, ich bin froh. Oh, ich bin froh. Ich bin froh. Oh, süß. Die arme kleine. Hallo. Sprechen wir erst mit ihr oder klauen wir erst mal alles? Wir klauen erst alles. Ah. Ja. Du musst ja nicht so böse mal sagen. Unvervollender Brief. Unvollendeter. Nevermind. Kann man da fahren, dass heute noch was jetzt nicht passiert. Rodney? Wer ist denn Rodney jetzt schon wieder? Okay. Rodney Gregor. Gregor. Warte mal. Oh. Versteckspiel. Oh. Oh. Man kann außerhalb der Map gehen. Wie cool ist das denn? Ist er sich in der Kanalisation verstanden? Mega. Und jetzt haben wir bei... Da. Völlig cool. Oh. 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 I told you my name is Jonathan Reed. Don't you remember? Of course I do. I remember my name too. Gillingham. But you may call me Enid, Doctor. Hallo Enid. I'm very happy to see you again. Ea. Oh. What can you tell me about this part of town? Oh no. I don't gossip. That would be most unbecoming of a lady such as myself. Oh, I'm very serious. Is anyone taking care of you, Miss Gillingham? My son is always here to take care of me. He's a good boy like that, but I do worry that he needs to start living his own life. I would never say that to him, of course. Who are the more influential figures on the docks? Well, I heard about some terrible illness going around. I would say, in that case, that it's you, Doctor Tippetts. Hmm. Enid, have you really no idea what happened to your son? No idea at all? I've not seen Jack for so long. I lose track of time. Um, has something bad happened to him? Oh. Wait. Er denkt halt, dass er draußen Jack ist. Oh, komm, wir sagen das. Jack takes good care of you, Miss Gillingham. He does indeed. My Jack is the best son the mother could ask for. Oh. I'm looking for a Sean Hampton. Sean Hampton, you say. Oh, the name does seem vaguely familiar, but a letter. I cannot recall from where. Okay. Goodbye, Miss Gillian. Ah, und wie geht's ihr heute? Ah, sie hat Kopfschmerzen. Do you require medical attention, Miss? I'm glad you asked, Doctor Tippetts. I must confess, I haven't felt that way of late. We give you the medicine. I'll try my best. Here, take this. And please try to get some rest. Thank you, Doctor. Thank you very much. Gerne, gerne. Goodbye, Miss Gillian. So, jetzt müssen wir mal kurz mal nachgucken, wer ist denn Jack? Aha. Das ist die Lady, die wir noch nicht heilen konnten. Okay, gut. Aber wer ist Jack? Jack, 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 Jack. Jack, Jack. Verloren? Verloren? Sehr interessant. Haben wir irgendeinen Jack in der Datenbank? Jack, Jack, Jack. Jack, Jack, Jack.